Hi, mein Name ist Sonja. Ich bin 15 Jahre alt und komme aus Deutschland. Gerade bin ich an der Killarney School of English. Meine Lehrerin ist Katie und ich mag meine Klasse sehr, weil sie aus den verschiedensten Ecken von Europa kommen, zum Beispiel Spanien und Italien. Und sie sind alle echt nett und in meinem Alltag. Und Killarney ist sehr schön. Die Leute sind sehr nett und es ist sehr viel Natur drumherum.